30 Jahre im Dienste der Gemeinde. August Wiesinger wurde für seine langjährige Tätigkeit für die Stadtgemeinde Grisskirchen von Bürgermeisterin Maria Pachner geehrt. Wiesinger ist seit über fünf Jahren Stadtamtsleiter, Stellvertreter. Besucherrekord im Everdinger Museum im Schloss. Im letzten Jahr haben sich die Besucherzahlen und Führungen nahezu verdoppelt. Vor allem Schulklassen aus nah und fern nutzten das Angebot, Gunter Martig als Energiegenie 2019 ausgezeichnet. Nachhaltigkeitsministerin Köstinger und Energielandesrat Achleitner lobten die energietechnisch innovativen Produkte von Gunter Martig. Mentoring-Programm für Frauen gestartet. Die Raiffeisenbank Region Everding gerichtet sich mit bewusst Frauen an junge Frauen zwischen 17 und 30 Jahren und will mit Hilfe von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft die Stärken der Frauen entwickeln. Pichler Aschach ausgezeichnet. Das Ziegelwerk wurde als Energiegenie 2019 von Nachhaltigkeitsministerin Köstinger und Energielandesrat Achleitner ausgezeichnet. Großes Ziel vor Augen. Patricia Madl von der Sportunion Igler geht mit persönlicher Bestleistung in die Saison und möchte in den nächsten zwei Jahren den Anschluss an die Weltspitze erreichen. Emanzipierter Laufvogel im Zoo Schmieding. Beim Imo ist Brüten und Kinderaufzucht reine Männersache. Nach dem Eierlegen steht für die Imo Mama Faulenzen auf dem Programm. Der Imo Papa allerdings muss 60 Tage brüten und anschließend auf seine Sprösslinge auch noch alleine aufpassen.